Oder kannst du die Leute wegschieben. Ah, Pauseküsse ist so angenehm. Oder du musst halt die Max-Wiederholrate genau auf das Puzzle einstellen. Oh Gott, da hatte ich grad nen... Oh, klar. Heilung! Mist! Ich wollte nicht gerade starten. Sorry. Ich heil. Und hau ab und zu mal mit Linksklick rein. Die haben mir schön in Ruhe gelassen, das war nett. Nice. Das ist krass. Das ist gut. Was hast denn du für ne Poster? Das ist glaub ich, aus der ersten Kiste hab ich das Ding gekippt. Ist ja nicht gut. Er passt einfach gut zu den Helden. Ja. Ja. Das ist glaub ich die Feed-Me-Post oder sowas. Das ist eher so, ich bin dumm-Post. Boah, er hat auch so'n cooles Mount. Das will ich auch haben. Das gab's im vorigen Event. Oh, fuck. Ich muss mich wieder heilen. Oh. 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 Die letzte. Ich dachte, das ist der vorletzte wenigstens. Ist doch einer von denen ja noch gestorben. Die ist natürlich doof. Ich dachte, ich hätte den blöden, blöden Pest gefressen. Ach. Gacke. Ich glaub, er hat sich direkt teleportiert, glaub ich. Ah, wahrscheinlich. Er musste halt eigentlich warten, bis die kurz geteleportiert haben, aus irgendwelchen anderen Gründen. Ich hab nicht genug geheilt, die Runde. Ist einfach so. Ich müsste halt eigentlich auf Cooldown heilen. 3, 2, 1, fight! 5! 5! W Truff! 6! 14! 24! 4! 5! 6! und dort gefressen sorry der kommt gleich wieder es geht zu früh gemacht dead hoops dann war er hat die trotzdem macht obwohl es dann Oh, nice counter. Nice. Die Oma, it works, it works, it works. Ja, das ist so geil. Die hat echt coole Kommentare. Diesmal hab ich ein bisschen mehr geheilt, glaub ich. Zumindest hab ich's mal versucht reinzuheilen. Man ist nur so fokussiert im Spiel, ich kann gar nicht reden. Der ist echt schwierig. Ich müsste euch eins sagen, ich Ulti mache. Da ist die Ulti schon weg. Dann sieht man's schon. Blöpp. Haben die Bobs fort? Ja, ja, der Milityubi. Den Milityubi. Den Milityubi, glaube ich, beide sogar Supporter. Das ist ein Supportcaster. Ulti! Nice. Das ist auch mein Ulti. Klotz. Beilung! Du hast auf jeden Fall viel CC mit ihm. Ja, das ist das Krasse an dem, dass der halt so reingehen kann und so echt viel CC ist. Das macht's schwer gegen ihn zu spielen, finde ich. Ja. Gerade wenn er ein bisschen Backup hat von hinten. Und wenn du einmal wirklich weggefokust wirst, dann tut das auch richtig weh. Aber dazu hätte Pest oder so dich vieren müssen. Wenn das nicht passiert, dann ist das halt okay. Mhm.